Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Ultimate Chicken Horse zusammen mit Maudado und Zombay. Bewehr zu dem Part und viel Spaß. Heute haben wir was ganz besonderes vor, nämlich spielen wir ein paar Custom-Maps. Und das ist die erste und die beliebteste, die es gibt. Das sieht auch cool aus, so eine kaputte Brücke. Ja, das bedeutet es, Maudado. Stimmt. Oder kann man da Namen geben? Die offizielle Puffy-Kissen-Map? Ja, genau. Guck mal, ich repariere die Brücke. Okay. Ach so. Ah. Ja, 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 ja. Und jetzt kann ich hier ganz einfach durch... Na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Für immer bin ich der erste Platz in den Custom-Maps. Ja. Nee. War der allererste Sieger in einer Custom-Map. Kann mir jetzt nicht mehr genommen werden. Und ich war der allererste, der die beste Waffe im Spiel hatte. Und Maudado war der allererste, der sich darüber aufgeregt hat. Machen wir alles kaputt? Und dann machen wir einfach hier, dass wir mit dem Papiergleiter durch müssen, durch die Mä. Ja, aber wie kann man denn alles kaputt machen? Gar nicht. Ja, eben. Bist du wie Dolan, ist wieder gesoffen? Aber ich kann den Papiergleiter da lang schießen. So, das wird spaßig, Leute. Ui. Fun, 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 fun. Hä? Oh, ui. Ui. Was ist schneller, der Pfeil oder ich? Ich. Okay. Hält, der hätte ich nicht getroffen. Nein. Okay. Alles gut, alles gut. Ja. In den Kopf. Die kreativste Map, die uns gebaut wird, gewinnt ein Like von mir. Echt? Ja. Ui. Ja, die brauchen noch einen Sport. Ja, keine Ahnung. Also, die ist zwar schön, aber so vom spielerischen her, glaube ich, nicht so geil. Auch jede Map hatte ihr Potenzial. Ja, stimmt schon. Wenn man überlegt, was wir aus der Farm gemacht haben, ne? Ja, eben. Ey. Nice. Der war echt schön. Ui. Vor allem, wie du rückwärts läufst. Ja, hat's, weil wir läuft rückwärts. Warte ab einfach, bis irgendwann, irgendwann kommt das so nah, dass du nicht mehr gearscht bist. Komm her, Stombay. Nein. Lass dich umarmen. Umarm ihn. Komm her, ich halt mein Arm. Ich komm zu dir. Ja, schneller. Oh. Hä? Ist es vorbei? Die Pfeile verschwinden. What the fuck? Zu viele Pfeile für ein Level, oder was? Hacke keine Lust mehr auf Moldado, die Pfeile. Oh, hui. So, und jetzt mache ich hier so ein Teil rein, damit alles besser ist. Siehste? Zum May, siehste? Wo hast du ein Teil reingemacht? Siehste? Und wo ist alles besser? So, guck mal. Wir machen, oh, guck mal, wir machen uns eine Challenge. Wir müssen einen Weg nach unten bauen für die Münze. Ja. Wer will denn schon die Münze haben? Hui. Ey, geil. Das ist ja nice. Okay, das ist ein bisschen nervig, aber wir haben es. Okay, dann lass mal einen Weg nach unten bauen. Da will da einer was dran, hafft die Abinen. Nee, nee, nee. So? Da macht das dran. Rechts da dran. Hä, da kann man doch nicht draufstehen bleiben. Ja und? Sollen wir ja auch nicht. Doch, weil ich es umdrehe. So. Oh, jetzt ist die Falle entschärft. Wow. So kann man sich in den Menschen täuschen. Ey. Okay. Wo bin ich? Jetzt komme ich aber nicht mehr an der Münze. Ich weiß sie nicht. Wie dumm. Sie ist einfach weg. Holst du die, Mordado? Mordado, hol sie. Die Münze ist da unten noch. Der große Schatz der Folge. Du kannst ihn dir besorgen. Um nochmal zu deiner, zu deinem Scherz zurückzukommen, ne? Eigentlich hätte das Potenzial oder nicht, wenn man mal Maskottchen oder so baut und dann durch die durchlaufen müsste. Wenn die dann, keine Ahnung, noch irgendwelche Fallen in den, äh, als Gedärme haben. Warte. Ja, wenn wir die Fallen wollen, dann wollen wir doch selber aufstellen. Hier ist Kofi nicht mehr als ein Maskottchen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Also, wenn ihr Level baut, dann möglichst leere, würde ich sagen, dass wir selber die Fallen aufstellen. Weil sonst ist es echt doof, wenn ihr da so ein Kaiso-Level baut. Das werden wir dann sowieso nicht spielen. Genau. Weil es zu brutal ist, also. Keine Sorge. Oh, um Gottes willen, so wenig Zeit. Äh, das ist die Rettung. Ui, das ist richtig nice, man. Geiler Move. Keep it up proud of you. Ups. Na geil. Oh, nur richtig. Bin ruhig. Ach, die Münze gibt's ja wieder. Ja, klar. Ey, Maudado, die gehört mir. Die gehört mir. Okay, mal gucken, wer sie bekommt. Ich bin gespannt. Ja, wahrscheinlich du, weil du was bist. Jetzt, der Verlust. Oh ja, danke. Kann, kannst du mal reingehen, Zombie? Ey, du gehst mir, du gehst mir auf den Sack. Geh mal rein, ich seh nichts. Was denn? Mann. Wofür schneidest du deine Videos? Kannst du doch so. Ha! Oh nein. Oh nein. Ich bin da angegangen. Nein, ich werde abgeschoben. Mann, ich dachte, Schafe dürfen hier bleiben. Nein, nein, du musst nur nach links hüpfen. Ha! Was? Ja, ja, bin ich letzte Runde gestorben. Genau da. Ja, aber warum? Ich hab mich ja nicht mehr bewegt, oder? Ja, aber du bist aufgestanden. Du bist aufgestanden. Das reicht schon. Ach, Mann. Ja, Punkte für das Lama. Bin ich ein Lama? Ja, ja. Bisschen. Können wir Teile vom Level sprengen? Nein. Nein, bestimmt nicht. Das finde ich echt, also da finde ich die Map gerade echt doof, muss ich sagen. Wofür? Ja, dass sie einfach so voll ist. Nein, das ist doch cool. Also, wir haben uns doch hier vor allem den Weg da unten rum gebaut, wenn wir hier oben zugemacht haben und so. Ich will das nicht mehr da haben. So, ist besser? Ja, ne? So ist es cool. Hast du meine magische... Was hast du gemacht? Magische Maschine weggemacht? Ja. Ja. Danke. Hallo. Hi Leute. Da muss Zombie alles riskieren. Oh Gott. Und er hat es geschafft. Hab alles riskiert. Und? Ja. Unfairer Vorteil. I love it. Unfairer Vorteil. Tschüss. Du le... Was? Maudalo? Du bist echt der absolute Gott geworden in diesem... Oh fuck. Tschüss. Oh. Was passiert? Was ist ein Tipp für mich? Oh! Wow! Ui. Ja, ich kenn nur die. Das ist mein... Wie so ein Soundboard. Okay, ich lebe. Das ist dein eigenes Soundboard. Oh nein. Oh oh. Ich werd wieder... Ich werd wieder... Oh nein. Hä? Du hast es geschafft. Ich... Du hast es gegettet. Ich... Ich hab's gegettet. Ja! Ui. Du hast die Challenge geschafft. Falle Münze. Und Maudado wird zum Underdog, um alle von hinten noch zu überholen. Nein, bitte. Bitte. Och Maudado. Nein! Ach warum musst du denn noch... Och. Zombie, das funktioniert nicht. Okay. Zombie. Los, Zombie! Oh. Voll der Leck bei mir. Ui. Ne, so geht das nicht. Aber warum? Mal, das Zebra hat richtig viel Spaß. Ja, das stimmt. Tänz, tänz, tänz. Ja, jetzt da! Ja, du hast mich... Jetzt da bin. Ui. Jetzt wird's noch witziger. Ui. Mach oben dran, an dem anderen, oder? Ist doch besser. Und Maudado, hast du aufgepasst, wo das erste Portal ist? Hier. Du bist immer der Portalwächter. Ui. Ui. Ich bin nicht der Portalwächter. Die Zeiten sind vorbei. Wo ist es denn? Zombie, sag mal bitte. Ach du... Und... Höh? Oh, ich dachte, dass ich wär du. Oh Gott. Ach, du bist doch da, Mann. Ja, unten ist es. Ja, aber wo? Ich hab ganz unten links, ich bin mir aber nicht sicher. Nee. Ja, sei ehrlich, wo ist es dann und sich? Du musst auf die Plattform runter, dann sag ich dir, was ist. Nee, und dann ganz links. Hast du's auf die blaue Plattform? Ich seh nix. Ah, genau. Genau, ein Block, also du musst genau rechts neben der Plattform gerade runterfallen. Bin doch kein Tipp. Genau da. Bin doch kein Schmuck. Oh, lol, wow, er hat nicht gelogen. Hallo. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie noch veräppeln können. Komm, falle. Oh, ja, Zombie, du hast es. Ach, danke. Es fühlt sich an, als hätte ich gewonnen. Ja, ja, weil du bist einfach gut. Die erste Community-Map und ich hab gewonnen. Perfekt. Was erwartet uns heute? Hallo. Was? Ich glaube, das soll ein Van Gogh-Gemälde sein, stand da gerade. Ja, kann sein. Ist das hier? Jetzt kommt der drüber? Oder? Oh, dann berghochklettern und dann da rumgespringen. Jedes Mal, ey. Ich mach da ein schwarzes Loch, das zieht uns dann schnell runter. Ich mach da ein schwarzes Loch, das zieht uns dann schnell rein, wenn wir es geschafft haben. Mordado. Nee, du zerstörst doch alles. Mordado ist echt ein miese Peter. Ach, man kann da links dran, ne? Ja, kann man. Ah, Mordado wusste es. Ich bin ja kein miese Peter. Mann, ha, ha, ha. Man sieht das schwarze Loch fast gar nicht. Hä, wo ist der gestorben? Das ist ein schwarzes Loch. So, Sammelke, auch reichst du's? Ja, ich hab's gerade auch schon gesehen, als ich dran gelutscht habe. Meins ist auch da, siehste. Meins ist da rechts am Ziel. Ich durfte nicht sterben, Mordado. Das ist echt krass, dass man das einfach gar nicht wahrnimmt. So. Okay. Da ist es. Nicht da rein, Mordado. Mach nicht da eine Falle hin. Das ist ein schöner Rumgekletter hier. Ist hier, nicht was? Ah, da. Ey. Ja, Ultrafan. Komm mal rein, Leute. Also, will einer rein, traut sich? Einer? Oh, ihr seid echt nicht männlich. No, man. Ui, schakalaka-ding-dong, ich seh gar nichts mehr. Yes, sir. In mein... Oh, nein. Ich kann es nicht mehr. Was? Ich hab extra aufgepasst. Scheiße. Was hast du denn gemacht? Bist du da ganz rechts gegangen, oder was? Ja. Ey, das find ich echt ekelhaft von dir. Ich spreng die... Warum? Warte mal. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Und das ist die Sonne. Oder ist eins davon der Mond? Ich spreng den Mond. Und das nicht. Pam. Ah. Ui. Okay. Mein ganz rechts Plan wird also zerstört. Ich seh schon. Der, der ist mir einfach zu einfach. Okay. Das bringt mir überhaupt gar nichts. Ey. Kann man schneller sein. Oh. Okay. Da ist ein schwarzes Loch. Soll mal aufpassen. Äh? Au. Alter. Ich war bei Erster, oder? Ja. Nice. Das war schnell. Da hab ich echt... Wo war Mauder? Reingebaut. Ja, ich bin an deiner anderen Falle gestorben. Ich mach den Fall. Es gibt so eine Falle im ganzen Spiel. Ich bin an jeder Falle jetzt einmal gestorben. Warte jetzt. Du sucht sich die Raum. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Nein. So. Ich hab doch schon einen einfacheren Weg gemacht. Wow, du hast meine Falle kaputt gemacht. Das ist ja richtig gemein. Ja, aber guck mal. Jetzt kann man da hier wieder rüber. Oh. Oh. Ich werd zermatscht. Hilfe. Hui. Ah. Nice. Das ist mir zu gefährlich. Komm. Nein. Geh einfach rein. Lass. Lass dich fallen. Ich fang dich auf. Ja? Okay. Ja, mein schwarzes Loch fängt dich auf. Alter. Manu hat mich angelogen. Zomme ist schon im Ziel? Ja, Zomme ey. Uhuhu. Du bist das ultimative Pferd. Hey, sie haben es gerichtet. Stimmt. Aua. Aua. Leute, das hier ist die beliebteste Map. Nicht die andere. Die andere hatte 25 Bewertungen. Die hat 250. Die sind nicht perfekt sortiert, ja. Nee, nee, die waren anders sortiert, weil ich auf Party-Modus gestellt hab. Du hast gerade deine Zuschauer angelogen? Ja, hab ich. Uh, Stachel. Was war das? Ich wollte eigentlich auch die Münzen sein. Warum sind denn da 36 Münzen? Warum sind da so viele Münzen? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich geh ein bisschen sammeln. Fuck, ich komm da nicht mehr raus. Doch, doch, das geht. Ah, genau so, genau so. Hast du gesehen? Nach ganz oben und dann springen direkt. Anders geht's nicht. Genau, genau, doch, doch, doch. Wenn du nach links drückst, geht das. Siehste, jetzt bist du links. Stimmt. Los, Maudaro, schnapp dir jetzt das Gate. Wie soll das denn gehen? Das geht ja gar nicht. Doch, geht bestimmt nicht. Also, wenn es gerade so nicht geklappt hat, dann wüsst du nicht wie. Ey, das ist echt eklig. Hol dir die Punkte, Maudaro. Hol dir alle, hol dir auch seine. Dann bist du inser der Winner. Oh, was ein langweiler. Münzen, Münzen, ja geil. Punkte. Das ist echt das beste, Lerwe. Okay, ich sammle keine Münzen mehr auf. Die sind OP. Ich helfe auch, ich baue die zu. So. Ja. Jetzt ist schon zu, ja, ja. Ja. Okay, dann mache ich die hier zu. Genau. Von oben, oder? Ah ja. Ja. Maudaro baut sich einen Weg an, nein. Ja, da dauert eine Weine. Oh fuck. In zehn Runden hat er es. So, und jetzt? Gibt es hier noch eine für mich? Ach, gehe ich halt um. Eine gibt es noch. Du hast noch zu lange zu warten. Nein. Nein, 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 nein. Du mieses Schwein. Ey. Maudaro, ne? Du kotzt mich wieder an. An. Oh. Upsi. Ich kotzt Manu an. Man kotzt mir die in die Foot, Alter. Was soll denn das? Kotz, 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 kotz. Genau, deswegen baut ihr bitte Maps ohne Fallen. Weil, guck, die sind schon Fallen. Genau, und ohne uns denn bitte. Und das ist doof. Einfach mit einem Loch, wo wir selber uns einen Weg bauen müssen. Ich finde das super, Leute. Warum findest du das denn super? Hast du da ein... Oh, da haben wir Münze. Wer hat denn die genommen? Oh, ja, die nehmen wir beide, okay, Zombie? Ja. Und dann ruhig noch die. Ja. Das kann man zerstören, alles nahe. Ach, war ja auch von uns. Wann soll ich die Kiste machen? So viel Entscheidungsfreiheit. Als Ankerpunkt meiner Augen. Wow, jetzt sehe ich nichts mehr, danke. Oh nein, oh nein. Ey, schon wieder genauso dumm wie eben. Was ist das denn? Hol dir beide Münzen, komm. Ich wusste doch nie, wie ich da unten rauskomme, oder? Ne, 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 ach so. Ach so. Ah, ne, da war das Stachelding noch da. Ach so, das Stachelding ist jetzt weg. Stachelding. Das war standardmäßig drin, oder habe ich das da hingekloppt? Weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Ui, boll, krass ey, du hast echt dazugelernt. Ja, und jetzt? Er schafft es, er schafft es. Er ist einfach der König. Zwei Münzen. Ja. Schnapp den Mordado. Ja, 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 komm. Oh. Das ist echt nicht verdient, der Typ. Ja, noch eine. Ja, noch eine. Die Tarmons, komm. Hier, da oben, ja? Komm, mach mal um. Dass man hüpft. Die mach ich da unten hin. Und was bringt das? Hier muss man hinklettern. Ja, jetzt macht Mordado wieder alles einfach. Mach eins höher, dann kann man... Der wills da die Rechte holen. Will die Rechte haben. Tschüss. Hervor, Manu. Go, wo du's auch? Ich lasse die Rechte, ich lasse die über. Schafft man das? Hä, normalerweise müsste das aber gehen, oder? Nee, es geht, glaube ich, noch nicht. Noch nicht? In Ziel, Mordado. Wartest du noch? In Ziel? Gewinn für uns, ja. Wie? Willst du jetzt das R gewinnen auf einmal? Ja. Aber warum? Weil er mir eine Münze abgeben wollte. Ja. Ja, und ich war viel netter zu dir. Hallo, Manu. Jetzt sagt er noch Hallo. Alter, wow. Mann, ekelhaft. Boah, Manu, einfach wir alle. Das war fair. Das war einfach fair. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Bis dann.